25. März 2015 Unsere Klassen 4a und B waren zu Besuch bei Ineos in Köln. Ein Bus hat uns abgeholt und rumgefahren. Wir haben viele Röhre, Gebäude und Schornsteine gesehen. Der Herr Dr. Gabel hat uns eine Menge über die Menschen und ihre Arbeit erzählt. Dann haben wir Kittel und Brille angezogen und uns angeschaut, wie Spürzeug und Autoteile aus Kunststoff gemacht werden. Dazu nimmt man Kunststoffküppelchen. Die Leute hier sagen, dazu auch Granulat. Das kann man bunt einfärben. Dann gingen wir in einen Raum, wo die Leute testen, ob das Spürzeug fest ist und nicht kaputt geht. Zum Verschicken wird das Granulat mit einem Schlauch in LKWs gefüllt. Es war ein echt cooler Tag bei Ineos in Köln. Danke, dass ihr uns alles gezeigt habt. Das war's! Bis zum nächsten Mal.